Hallo ihr Lieben, ja ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Ich wollte eigentlich heute gar kein Video drehen, das ist jetzt so eine spontane Sache geworden. Ich bin nämlich eigentlich an was ganz anderem dran gewesen, nochmal mit Briefen und Schreiben und so, das ist ja momentan hier so aktuelle Serie. Aber dann habe ich irgendwie so ein komisches Gefühl gehabt und habe irgendwie überlegt, jetzt habe ich einen Faden verloren, ich habe nicht überlegt, das kam so irgendwie, das war jetzt so ein Zufall und zwar, ich sage euch direkt mal worum es geht. Es geht um Babytücher, Babyfleece, Babywipes. Wir haben sie alle wahrscheinlich auf dem Basteltisch liegen, die sind ja der Retter in der Not immer, die sind irgendwie total cool. Ich benutze immer die eher relativ teuren vom DM, weil da komme ich irgendwie am besten mit zurecht und die sind auch irgendwie, ich meine, weil die haben, also ich glaube, was steht da drauf? Also 99 Prozent oder 98 Prozent Wasser ist das eigentlich nur mit ein bisschen Mandelöl oder Mandel-Extrakt. Ich, also ich habe auch schon andere probiert, die sind schmieriger und fettiger und so weiter, da komme ich irgendwie nicht so mit klar dann. Dann habe ich so einen Schmierfilm auf dem Tisch, das möchte man ja nicht. Also zum Reinigen für meine Bastelutensilien und meine Arbeitsfläche benutze ich halt immer diese Tücher. Ja gut, die kosten ein bisschen mehr, aber nun ja, das stört mich jetzt nicht. So bla bla, genug Werbung gemacht dafür. Ich kaufe mir die selber, also das ist nichts, ich möchte da keine Werbung für machen. Das ist einfach nur, dass ich, ihr fragt wahrscheinlich, welche benutzt du denn? Und darum werde ich das schon mal direkt von vornherein sagen. Ich benutze bestimmt am Tag, ja, also wenn ich am Basteltisch sitze, beziehungsweise am Tag ist gut, aber also in den Zeiten, wo ich am Basteltisch sitze und so, da benutze ich bestimmt zwei, zwei bis drei mindestens. Für die Hände, für den Tisch, um ihn zu reinigen, die Platte, um Instrumente zu reinigen und so weiter. Und darum fallen da so zwei bis drei halt an und ich sammle nicht alle, weil das, oh Gott, da hätte ich ja im Jahr hier so ein Stapel, aber ein paar hebe ich auf. Vor allem habe ich immer aufgehoben, die besonders schön grungy geworden sind. Hier so die, wo halt Farbe drauf ist und auch mehrere Farben und die halt wirklich so richtig schön so grungy sind. Die habe ich immer schön aufbewahrt. Und jetzt habe ich die Idee gehabt, was könnte man damit machen. Das ist jetzt so ein Upcycling wieder, so ein Video. Alleine nur jetzt so, dieses Baby-Vibe ist ja auch schon schön, aber dann habe ich mir überlegt, da könnte man doch vielleicht auch drauf. Malen oder stempeln oder schablonieren. Stempeln habe ich jetzt, fällt mir gerade ein, noch gar nicht ausprobiert. Aber ich habe darauf mit Schablone gearbeitet und dann sind das so die Ergebnisse geworden. Und ich denke, das ist so eine Art wie so Taschentücher-Ersatz oder halt auch Stoffersatz. Und warum soll man die wegschmeißen? Ja, die kann man auch halt dann weiterverwenden für alles Mögliche. Ich bin mir noch nicht sicher, wofür genau. Die muss man natürlich aufnähen, weil die kleben nicht. Die kleben nur ganz schlecht. Mit normalem Klebstoff kriegt man die nirgendwo festgeklebt. Das liegt wahrscheinlich an diesem Mandelöl-Extrakt oder was. Mit Heißkleber geht es einigermaßen, aber naja, ist auch egal. Das muss man halt dann hinterher sehen. Das soll dann so eine Art, ja, so Stoffersatz werden oder halt so Taschentuch-Ersatz. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht damit mit Fake-Taschentüchern. Könnt ihr gerne mal schauen. Da habe ich auch so etwas Ähnliches gemacht. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da für Farbe benutzt habe. Ob ich da drauf gestempelt habe? Muss ich nochmal selber gucken. Weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich jetzt so Farben benutzt. Verschiedene Sachen. Ich zeige euch das mal alles, was ich so benutzt habe. Erstmal zeige ich euch mal meine ganzen Kunstwerke sozusagen. Also aus Müllkunst zu machen, ist das so praktisch, wieder mal. Und ja, das sind halt so ganz die Sachen, die ich jetzt so gemacht habe. Das geht relativ zügig. Manches ist ganz gut geworden. Manches gelingt nicht so gut. Hier, das ist jetzt nur so, ja, so la la. Aber das liegt halt auch teilweise an den Farben, die man benutzt. Das ist jetzt eine ganz dünne Acrylfarbe gewesen. Eine andere Farbe, aber von dem gleichen Dings, von dieser gleichen Marke hier. Die sind sehr dünnflüssig. Und damit, also je dünner die Farbe ist, sage ich schon mal direkt, wird es schwierig, weil das verläuft sehr stark. Dann habe ich hier normale Stempelfarbe benutzt. Das ist auch besonders schön, das verläuft halt nicht. Da habt ihr dann das Problem nicht, dass euch die Farbe verläuft. Das ist auch eine ganz einfache Angelegenheit. Ja, dann so Acrylfarben. Und was ganz besonders, was ich herausgefunden habe, was ganz besonders super funktioniert, die habe ich noch gar nicht benutzt gehabt. Großartig. Ich hatte die mal mitgenommen vom Action, habe die aber nie benutzt. Das sind hier diese Silky Crayons, diese Wachsmalstifte. Die gab es mal. Ich weiß nicht, ob es die immer noch gibt. Wenn es die noch geben sollte, besorgt euch die ruhig mal. Die sind ganz billig gewesen. Ich glaube, vielleicht drei Euro oder so. Wenn überhaupt zwei Euro. Ich weiß es nicht mehr genau, aber wie es halt da so ist in dem Geschäft. Aber ich wusste eigentlich überhaupt nichts großartig damit anzufangen, weil ich eigentlich nicht mehr so gerne gemalt habe oder so nicht viel male. Aber dann habe ich jetzt halt so experimentiert und das ist jetzt für diese Art von Malen oder beziehungsweise, ja, ich zeige euch gleich, wie ich das mache, perfekt geworden. Weil die geben richtig schön Farbe, satte Farbe ab. Im Gegensatz zu manchen Acrylfarben. Ich rede schon wieder so viel, aber ich muss ja vorher euch das halt ein bisschen erklären, weil sonst, ne, so, genau, also die sind super gut geeignet für diese Variante von Herstellung sozusagen. Die Wullis habe ich auch noch gar nicht ausprobiert. Das ist ja wieder eine andere Art, das ist ja, glaube ich, Aquarellfarbe. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass das eine Mischung ist von irgendwas noch, aber die sind ja wasservermalbar. Und die habe ich noch nicht getestet, aber die sind super gut. Also, super Empfehlung nochmal, falls ihr die noch bekommen solltet. Hätte ich auch nicht gedacht. Also, wie gesagt, manchmal kaufe ich mir was und dann weiß ich nicht genau, was ich damit anfangen soll. Aber irgendwann kommt der Tag, so wie heute. Ja, und, ähm, ja, das ist jetzt auch so ein bisschen, äh, die Schlichter, aber auch schön geworden, ne. Das ist Aquarellfarbe und das sind dann wieder die Wullis, äh, nicht Wullis, die Krayons. Ja, und dann hier auch wieder Schablone, ne, mit, äh, beziehungsweise mit Stempelfarbe. Ja, hier, das ist wieder, äh, Aquarellfarbe, oder hier ist das Aquarell, Acryl, Aquar, keine Ahnung, steht gar nicht drauf. Auf jeden Fall dieses, das ist dann wieder so dünnflüssiger, ne, das verwischt sehr stark. Da muss man dann gucken. Ja, hier, das ist jetzt auch Acrylfarbe. Die Farbe finde ich total super, die habe ich mir selber angemischt vorhin. Da, da bin ich ganz verliebt in die Farbe. Hier auch nochmal. Ja, und hier noch so ein ganz buntes Ding, das ist jetzt hier so, habe ich jetzt so, das war so mein erstes, was ich jetzt gemacht habe, um zu üben und so. Ja, also das machen wir heute. Wie gesagt, das ist jetzt so eine spontane Sache. Und, ähm, wenn euch das interessiert, schaut gerne zu. Ich zeige euch jetzt wahrscheinlich alle Varianten, die ich, äh, jetzt hier gemacht habe. Allerdings habe ich nur noch so diese grungigen, ich habe auch nur noch eins, zwei, vier Stück. Die anderen habe ich jetzt alle aufgebraucht. Und wo ich mich jetzt auch so ein bisschen ärgere, ist, dass ich gar keine dezenteren Sachen habe. Also, aber warum auch? Weil ich habe, mache ich ja damit sauber. Aber ich habe mir jetzt extra hier so ein paar rausgelegt, habe die zwar auch schon hier mit Farbe bekleckert, aber die lasse ich jetzt mal so trocknen, damit ich mal so ein bisschen was ganz Dezentes machen kann. Was mit hellen Farben oder so mal, ne, dass das wirklich dann auch so aussieht wie so ein bisschen so Taschentücher. Da werde ich dann hier so Blümchen auch in die Ecken dann machen, ne, dass das dann so ein bisschen auch pastelliger wird, nicht so knallig. So, genau. Also, wie gesagt, ich habe jetzt leider nur noch hier diese vier Dinger übrig. Und ich hoffe, das wird reichen für das Demonstrieren, ne, für die Demonstration. Womit fange ich denn mal am besten an? Ja, also ich glaube, mit dieser Schablone, äh, mit dieser, äh, mit dieser Stempelfarbe, das muss ich euch jetzt nicht unbedingt zeigen, weil das ist ja logisch. Das ist das gleiche wie, äh, hier, äh, also wenn, als ob ihr auf Papier arbeitet, ne, da muss ich jetzt nicht großartig euch das erklären. Das kennt ihr ja alle schon, ähm, ihr legt die Schablone hier ganz normal drauf. Am besten ihr macht die ein bisschen feucht und dann geht ihr einfach ganz normal mit eurem Tool da drüber, hier auf Papier. Ne, dann habt ihr dann auch das da drauf, ne. Ist halt der grungigere Effekt, wenn ihr solche Farben benutzt, ne. So, ich fange jetzt mal am besten mit Acryl, äh, Aquarelle, Acryl, ich weiß nicht genau, wie gesagt, was das ist, an. Ähm, ich habe hier noch so eine alte Palette. Ich muss mir mal noch irgendeine Schablone nehmen. Welche nehme ich denn mal? Ich nehme nochmal am besten einfach so eine einfache Blümchenschablone, weil sowas hat ja wirklich auch jeder. Ja, so, ähm, zuerst habe ich das mit einem Pinsel gemacht, das ist aber nicht so gut geworden, weil der Pinsel, die Fasern, äh, die Borsten, die Faser, so ein bisschen auch unter die Schablone dann geraten, ähm, dann verwischt es auch etwas. Aber ihr könnt einen ganz trockenen, also wirklich einen trockenen Pinsel nehmen, einen alten trockenen Pinsel, den ihr eigentlich so nicht mehr bräuchtet, weil die, durch das Reiben auf der Schablone geht das ein bisschen kaputt oder franzt aus. Also nehmt einfach einen alten, ganz trockenen Pinsel, damit geht es super auch. Was ich aber gerne jetzt mache, ist mit dem, mit dem Finger arbeiten, das geht irgendwie ganz besonders gut. Ich tue mir jetzt einfach so ein bisschen von der Farbe auf die Schablone direkt, hier so, ein bisschen, da ist jetzt auch wieder ein bisschen so weniger mehr, ne. Und dann, äh, reibe ich das einfach so da drüber. Als wenn ich das so da einarbeiten wollte, und, also in die Schablone, äh, in dieses Material, ne, und dieses Tuch. So, das ist jetzt eine ziemlich dünnflüssige Farbe, die, äh, funktioniert jetzt nicht ganz so gut. Also je trockener, sag ich mal, wenn ihr versteht, was ich meine, die Farbe ist, desto, äh, schöner ist hinterher das Ergebnis. Und wie gesagt, nehmt auch nicht zu viel, nehmt lieber ein bisschen nach, ja. Weil wenn ihr auch, wenn ihr zu viel nehmt, dann, ähm, ähm, ja, dann gibt's das Ergebnis auch nicht so schön. Gut, es ist auch manchmal gar nicht so schlimm, wenn das irgendwie verwischt aussieht, das hat auch manchmal einen ganz schönen Effekt, ne. Aber da muss man halt abwägen, was man halt gerne hätte, ob man's, also, mit schönen Kanten hat, lieber hat, oder lieber halt dann die Verwischtechnik. So, da auch noch mal ein bisschen. Ich tue die Farbe so ein bisschen an die Seite von dem Motiv, dann nicht direkt auf das Motiv. Ihr könnt dann auch noch mal mit einem feuchten, auch mit einem frischen, feuchten Ding, einmal so da drüber gehen. Dann könnt ihr das auch noch mal ein bisschen entweder abschwächen. Ihr macht direkt auch eure Schablone sauber. Und ihr könnt auch noch mal so ein bisschen das verteilen, so. So hab ich's jetzt halt gemacht. So, da. Da sieht man jetzt, also, das ist eine sehr dünne, dünnflüssige Farbe und die zeichnet halt nicht so richtig perfekt ab, ne. Genau. Aber ist auch nicht so schlimm, weil jetzt können wir nämlich schärfere Motive darauf noch zeichnen. Ich nehme die gleiche Schablone. Gut, vielleicht machen die so ein bisschen sauber, aber ist auch nicht nötig so. Genau, jetzt legt ihr das einfach, wie ihr wollt hin. So, und dann nehmen wir jetzt mal hier diese Crayons. Nehmen wir mal eine Kontrast, was nehmen wir denn mal für eine schöne Farbe da zum Kontrast. Ja, ich nehme jetzt einfach mal eine dunklere Farbe, damit ihr mal seht, hier so ein Grau. Ja, und auch noch mal, das kann man auch mischen mit einem schönen, knalligeren Ton. Vielleicht so ein, ja, so ein großer, ich bin eigentlich nicht so der Pink-Typ oder so, aber, naja, muss man halt ein bisschen sich einarbeiten in die Farbwelt. Welt. Oh Gott, was rede ich denn schon? Ja, also, die sind sehr weich und das ist halt so ein Wachs, ne. Da braucht ihr also kaum Druck. Ihr geht einfach so ein bisschen über die Schablone, so, das ist auch sehr ergiebig, ne. Ihr könnt einfach schon mal in die Blume etwas reinmalen. So, am besten, ihr macht euch die auch direkt schon alle auf, die ihr braucht, weil sonst nicht, dass euch die Schablone verrutscht, aber dann kann man auch direkt schon hier so ein bisschen mischen, wenn ihr wollt. Kann man aber auch hinterher noch. So, und dann nehme ich wieder einen Finger, das, auf Dauer ist das natürlich ein bisschen unangenehm immer, wenn man so wirklich viele Sachen macht. Der ist schon ganz rot, obwohl das kann man jetzt von der Farbe kommen. Nee, aber ich nehme jetzt mal dann einen anderen Finger und dann auch einfach in dieses Motiv so reinarbeiten. Also, so viel Druck braucht man da jetzt nicht, das sieht jetzt so aus, aber dann könnt ihr das so richtig schön auch durch die Wärme, die so ein bisschen entsteht, durch, dann verteilt ihr dieses Wachs auf diesem Tuch. Und das ergibt jetzt wirklich richtig schöne, klare Abdrücke. So. So, und so könnt ihr sogar so kleine Ombre-Effekte, ne, heißt das ja, also verwischte Effekte erzielen und ineinander verwischte Farben. So, was ich jetzt noch nicht rausgefunden habe, weil das ja auch jetzt spontan ist und ich es heute ja jetzt erst heute Nachmittag gemacht habe, ist, ob dieses Wachs, ob das jetzt richtig gut eintrocknet, ne, weil das ist ja jetzt noch so ein bisschen verwischbar auch, ne. Ich meine, das geht eigentlich, aber, ähm, ich will mal hoffen, dass das, äh, auftrocknet irgendwann, ne, weil, ich meine, was verwischen kann, ist jetzt eigentlich so nicht unbedingt, ne, wenn man jetzt nicht da richtig doll drüber rüber reibt. Hier ist es, glaube ich, sogar schon trockener. Also, ich denke mal schon, dass das irgendwann halt einfach trocken ist oder, ich weiß nicht, vielleicht kann man das fix, irgendwie fixieren, nicht, äh, wie heißt es, ähm, heißt es fixieren? Also, ja, wie halt so eine Firnis, also ein Firnis auftragen oder was, irgendwas aufspülen, aber da weiß ich nicht genau, ne. Müsste man mal gucken oder mit Klebstoff vielleicht, aber dann wird es hart. Hm, also es ist noch so ein bisschen in der Experimentierphase auch, was diese Wachsstifte angeht. Das trocknet ja auf jeden Fall, äh, aus, ne. Da könnt ihr auch sehen, das geht auch so durch, hier, ne, die sind ja durchlässig und ihr habt auf der Rückseite auch was. Genau. Machen wir nochmal hier eben das Tuch hier zu Ende. Dann mache ich einfach jetzt mal die gleichen Farben. Also, ihr seht, ihr braucht, ihr braucht wirklich ganz wenig nur davon und ihr bekommt richtig schöne, satte Ergebnisse. So, hier auch noch. Also, ansonsten, ich wüsste nicht, ich habe noch, ich habe sogar noch wirklich richtig teure Wachsmalstifte hier rumfliegen irgendwo. So von, äh, ja, also richtig aus dem Bastelgeschäft, die habe ich aber schon 100 Jahre gefühlt, ähm, die habe ich mir mal gekauft. Aber die habe ich auch so gut wie nie benutzt, weil ich damit nie so gerne, äh, gemalt habe. Ich könnte die vielleicht auch mal probieren. Aber, die sind auch super gut dafür geeignet jetzt. Ja, und so könnte man sich halt, so, ich habe, also der Hintergedanke dabei war jetzt halt, ähm, ja, sich so, ja, so ein paar Taschentücherlein zu machen, sozusagen, als, äh, wie man die halt dann so benutzt im Journal, ne? Oder auch vorne aufs Cover könnte man das nähen mit, als Collagen, ne? Ja, ja. Das wäre jetzt einmal diese, diese Variante. Äh, was wollte ich euch noch zeigen? Moment. Ne, ich glaube, das, äh, ja, ich habe ja schon eigentlich fast, ach so, vielleicht noch mit der etwas trockeneren Farbe, ne? Das ist jetzt hier auch Acrylfarbe. Und mit dem Pinsel, dass ihr das damit vielleicht auch machen könnt. Das ist mein Tuch. So, ähm, das muss man sich gleich sauber machen. Ich nehme mal hier dieses schöne. Ja, also das ist jetzt eine etwas, äh, trockenere Acrylfarbe, sag ich mal. Ich mische mir das auch so ein bisschen. Also es sind zwar hier auch die günstigen Acrylfarben vom, äh, vom Action, ne? Die sind jetzt auch nicht so oft zum Malen, weiß ich nicht, also, hm. Aber für manche Dinge kann man halt sowas auch benutzen, ne? Ein günstiges Material. Äh, aber die, äh, ich habe die eigentlich nur mitgenommen wegen dieser super tollen Farbe. Äh, äh, ja, dann nehme ich jetzt einfach so, das ist jetzt ja egal, ähm, wie Farbvermischung ist. Das müsst ihr ja dann selber mal schauen, ob ihr das mischen wollt oder was ihr dann nehmt. Und ich mache nur mal die gleiche Farbe. Ein bisschen grau rein. Und einen ganz kleinen Schuss Gesso. Ja, das wird jetzt nicht die gleiche Farbe ergeben wie hier, aber, ähm, das ist mir auch zu knallig, blau, Petrol oder so. Deswegen, ich will da so eine kleine Mischung haben. Ich nehme nochmal die gleiche. Das mache ich jetzt, äh, mit dem trockenen Pinsel. Also der ist jetzt ohne, also trocken, trocken meine ich, da ist jetzt wirklich kein Wasser dran, sondern wirklich dann nur diese, äh, diese Farbe. Ja, eigentlich ist der, da ist, also ihr braucht wirklich gar nicht so viel Farbe, sondern einfach nur so ein bisschen da rein dippen. Und dann male ich einfach so da drüber. Und hier ist das auch, also besser weniger Farbe nehmen. Jetzt ist der jetzt schon, eigentlich schon wieder zu nass, der Pinsel. Habe ich noch einen trockenen. Der ist so rund. Ne, jetzt habe ich gerade keinen Griff bereit, der so klein ist, wie der ist. Ja, ich probiere es einfach mal. Also es sollte vielleicht doch ein ganz trockener Pinsel sein. Und wenig Farbe. Und ihr könnt, kommt auch, äh, sogar wenn da kaum noch was drauf ist an Farbe, könnt ihr sogar noch, äh, malen. Und die Ergebnisse werden etwas, äh, sogar richtig gut dann, wenn da wenig Farbe dran ist. Das wird wahrscheinlich schon wieder zu feucht sein hier. Also nur ganz wenig immer. Das kann man eigentlich auch, auch ganz gut mit dem Finger machen. Obwohl, die das bei der Schablone ist, äh, ne, da sind so Kanten und Ecken, das geht dann nicht so gut. Ich würde doch lieber so einen alten Pinsel nehmen. Und hier unten machen wir noch. Ah, da habe ich ganz vergessen jetzt zu erzählen. Ich habe, äh, versucht zu sprühen mit Sprühfarbe. Es gibt ja auch diese Sprüh, äh, Acryl, äh, Farben. Hier. Acrylic Spray Paint. Eine wunderschöne Farbe. Ich will da, ich wollte das benutzen. Sprüh das. Fang an zu sprühen, Leute. Ein Gestank kommt da raus. Das ist total schlecht geworden. Ich habe jetzt da noch drei Pakete mit, also Grün, Rot und Blau hatte ich mir damals gekauft. Ich traue mich gar nicht, die anderen jetzt zu testen. Habt ihr das auch schon erlebt? Ja, viele haben die bestimmt. Ne, das sind diese Sprü auch aus dem Action. Also das sieht man auch schon jetzt. Das sehe ich jetzt aber erst. Ich habe das vorher nicht gesehen, als ich es aufgemacht habe. Das ist so wie, ja, seht ihr das? Also irgendwas ist damit passiert. Das ist, äh, puh, ja, ganz übel schlecht geworden. Und das stinkt. Also ich habe mich richtig erschrocken. Und, ähm, habt ihr das auch schon erlebt mit diesen Dingern hier? Das ist natürlich total schade, weil da ist jetzt noch extrem viel drin. Und ich habe, wie gesagt, auch noch, ja, drei, sechs, neun Flaschen in verschiedenen Farben. Ja, super. Fand ich wahrscheinlich alles wegschmeißen, ne? Die auf jeden Fall. Also die anderen habe ich gesehen noch nicht ganz so, die teste ich vielleicht noch, ob die noch gehen. Aber ich bin richtig, äh, erschrocken über diesen Geruch, der da mir entgegengekommen ist, ne? Also ganz, ganz blöd. Na ja, nun ja, so ist das. Äh, habe ich aber noch nie, äh, erlebt, so bei, bei so Farben. Keine Ahnung, was da jetzt los ist. Das wollte ich ja auch noch mal fragen, ob ihr das auch schon, äh, das Vergnügen hattet. So. Das dürfte jetzt auch dann reichen. So, da könnte man jetzt auch noch ein bisschen, auch, äh, mit dem feuchten Tuch noch mal drüber gehen. Dann verstärkt ihr auch so ein bisschen noch den Effekt. Ja, hat doch ganz super geklappt. Auch hier, die, wo ich dachte, das wäre nicht so gut, ist trotzdem schön geworden. Ja, weil, also wie gesagt, das sind so ein paar Tricks, da müsst ihr euch so ein bisschen, wenn ihr das machen möchtet, so ein bisschen rantastesten, tasten. Ähm. Das ist jetzt so eine Art, wie gesagt, da muss das schön trocken sein und die Farbe muss schön dickflüssig sein und der Pinsel trocken und so, dann bekommt ihr das richtig schön abgebildet, ne. Also je dünner oder wässriger die Farbe halt ist, desto eher läuft es auch auf diesen Stoffdingern, ne. Ja, ich glaube, das war alles, was ich bis jetzt benutzt habe. Ähm, bis auf, ja gesagt, die Stempelfarbe, das muss ich euch ja nicht zeigen. Wo ist das, was ich heute noch gemacht habe hier mit euch? Das hier, ne. Genau. Also, meine, mein Fazit ist, also, dass diese Crayons, die sind echt super dafür geeignet. Ich weiß nur noch nicht genau, ob die wirklich richtig trocken werden, ne. Acrylfarbe, je nachdem, die trocknet natürlich komplett, die bleibt natürlich da drauf, aber ich denke mal, das wird auch, äh, ja, seht ihr, das erwischt auch nicht mehr. Aber, das wird wohl auch da drauf bleiben. Ja, das ist super. Ist perfekt dafür. Ja, genau, ihr Lieben, das wollte ich euch nochmal spontan jetzt so zeigen. Vielleicht habt ihr auch Lust dazu. Der eine oder andere wird das vielleicht ein bisschen komisch finden oder eklig, ne, diese Tücher hier aufzubewahren. Also, aber ich finde das nicht. Es ist ja auch nur Farbe da dran. Vorher, was soll, da ist nichts, außer hier auch ein bisschen Rostfarbe und sowas, ne. Aber sonst ist da jetzt nichts mit geschehen. Ich habe mir damit nicht die Nase geputzt oder so, ne. Also, ähm, von daher finde ich das jetzt nicht, äh, eklig. Sondern, ich finde das eigentlich ganz schön und zum Recyceln und so weiter ist es ja auch gar nicht schlecht, ne. Ja, ihr Lieben, ähm, schreibt mir mal, ob ihr das auch, äh, machen möchtet und ob euch das gefallen hat. Und ob ihr auch noch, äh, andere Dinge versucht und, äh, austestet damit. Ich wüsste jetzt noch nicht gerade, was ich noch nehmen könnte. Also, wie gesagt, diese Sprays, oje, 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 da bin ich jetzt, äh, in Panik. Ähm, ansonsten, Alkohol-Inks, weiß ich nicht. Die werden wahrscheinlich ziemlich verlaufen. Naja, wir werden uns vielleicht noch da weiter, äh, rantasten und vielleicht fällt mir noch was ein. Und was ich dann mal damit mache, das werde ich euch natürlich dann auch irgendwann mal zeigen, wenn ich mal was benutzt habe und so weiter. Naja, ansonsten, ähm, danke ich euch fürs Zuschauen. Und, äh, ich muss mal schauen, ob ich es schaffe, noch am Sonntag auch ein Video zu drehen. Ich wollte noch mal was mit Schrift machen. Ähm, ja. Und dann schauen, sehen wir uns halt dann beim nächsten Video wieder, ihr Lieben. Tschüss!